Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. MoSysteme kommt aus Berlin. Wir haben vor 15 Jahren dort aus der Architektur kommt eine Firma gegründet, die sich um mobile Räume kümmert. Unser Hauptprodukt ist das Modulbox-System. Das Modulbox-System ist eine mobile Box, nicht auf Containerbasis, sondern als eigener konzipierter Raum, der so konzipiert ist, dass er sehr einfach zu transportieren ist. Das heißt, Pkw oder Transporter reichen aus, um es zu transportieren. Kein Lkw, kein Kran, kein Gabelstapler. Das macht die ganze Sache sehr einfach. Plus eine Person reicht in der Regel aus, um selbst so einen großen Raum wie hier, Modulbox Max, aufzubauen. Die Aufbauzeiten sind sehr kurz, 30, 45 Minuten. In der Regel kommt die Agentur oder der Endkunde oder der Messebauer zu uns und wir fahren sozusagen die Message, das Produkt, zur Zielgruppe. Die Produkte, die wir bauen, das ist vor allem jetzt das Modulbox-System, bewegen sich im Verkaufspreis zwischen 50 und 100.000 Euro. Das Besondere ist aber, dass wir das Ganze auch zur Miete anbieten. Da geht es bei uns pro Woche auch ab 5.000 Euro los. Wir nehmen auch gebrauchte Boxen wieder zurück, bauen sie wieder auf. Also das ist uns ein großes Anliegen, eine andere Alternative zu zeigen, die da deutlich nachhaltiger ist und langlebiger funktioniert als ein kurzfristiger Messebau. Wurde Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau.